Heute habe ich mal wieder vier sehr alte Fälle von Serienmördern für euch. Bitte lasst ein Like da und denkt daran, den Kanal zu abonnieren, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. John George Shea wird im Jahr 1909 in Großbritannien geboren. Er wächst in Outwood in Yorkshire auf. Sein Vater, der im Kohlebergwerk arbeitet, und seine Mutter gehören einer konservativen protestantischen Gruppe an. John ist ein begabter Schüler und hat auch musikalisches Talent. Er lernt hervorragend Klavierspielen. Später erhält er ein Stipendium für die Queen Elizabeth Grammar School in Wakefield und er wird einer der Chorjungen der Wakefield-Kathedrale. Es sieht so aus, als hätte John eine vielversprechende Zukunft vor sich. Zunächst beginnt er eine Ausbildung im Bereich Motorentechnik, doch die Arbeit gefällt ihm nicht. Er fängt an, sein Geld mit Versicherungen und Werbung zu verdienen, doch er verliert den Job, da er verdächtigt wird, Bargeld von der Arbeit gestohlen zu haben. Er lernt eine Frau um Beatrice Heimer kennen, die er 1934 im Alter von 25 Jahren heiratet. Es dauert nicht lange, bis Beatrice ein Kind von ihm erwartet, doch bevor es zur Welt kommt, wird John plötzlich festgenommen. Er hatte bereits seit Monaten Fahrzeugpapiere gefälscht und erhält eine mehrjährige Haftstrafe. Seine Frau ist nicht begeistert. Nachdem sie das Kind von John bekommen hat, gibt sie es zur Adoption frei und reicht die Scheidung ein. John wird nach zwei Jahren vorzeitig entlassen und da auch seine eigene Familie aufgrund seiner kriminellen Aktivitäten nichts mehr mit ihm zu tun haben möchte, geht er nach London, wo er eine Stelle als Chauffeur bei dem wohlhabenden William McSwan erhält. Doch er begeht weiterhin Betrüge und verkauft unter anderem Aktienanteile unter falschem Namen. Drei Jahre später landet er erneut im Gefängnis. Seine Zeit dort verbringt er damit, seine Betrügereien genauer auszufallen, damit er in Zukunft nicht mehr dabei erwischt wird. Dann hört er von George Alexandre Saray, einem berüchtigten französischen Mörder, der bekannt wurde, da er seine Opfer in Schwefelsäure aufgelöst hat. Dies erregt Johns Interesse. Er beginnt, selbst Experimente mit Schwefelsäure zu machen, die er sich ins Gefängnis schmuggeln lässt. So stellt er fest, dass er eine Maus in etwa einer halben Stunde in Schwefelsäure auflösen kann und stellt daraufhin Berechnungen an, wie lange es bei einem Menschen dauern würde. Niemand bekommt mit, mit was John sich in seiner Gefängniszelle beschäftigt. Er wird im Alter von 44 Jahren, 1943, aus dem Gefängnis entlassen und bekommt eine Stelle als Buchhalter. Als er einen Pub besucht, trifft er dort zufällig auf seinen früheren Arbeitgeber, für den er als Chauffeur tätig war, William McSwan. Williams einziger Job ist es, die Miete für die zahlreichen Wohnungen, die seinen Eltern gehören, einzuholen. John beneidet ihn, da er findet, dass er es sehr leicht hat. Doch Anfang September 1944 ist William plötzlich verschwunden. John erzählt Williams Eltern, dass er sich vermutlich irgendwo versteckt halten würde, um nicht in den Krieg eingezogen zu werden und bietet den Eltern an, dass er seine Tätigkeit, also das Abholen der Miete, übernehmen könnte. Williams Eltern willigen ein. Allerdings werden sie misstrauisch, als William nach einigen Wochen immer noch nicht wieder aufgetaucht ist, obwohl die Einberufungen zu diesem Zeitpunkt erst mal zu Ende sind. John ist natürlich für Williams Verschwinden verantwortlich und hat Bedenken, dass seine Eltern Probleme machen werden. Er hatte William abends in einem angemieteten Lagerraum mit einem Knüppel erschlagen und seine Leiche dann in einer Tonne mit Schwefelsäure aufgelöst. Die Masse, die übrig geblieben ist, hat er in einen Gulli geschüttet. Um zu vermeiden, dass Williams Eltern weitere Nachforschungen anstellen, ermordet er sie am 2. Juli 1945 auf die gleiche Weise. Wieder nutzt er Schwefelsäure, um ihre Leichen zu zersetzen. John ist völlig euphorisch, dass seine Methode, die er bereits so lange studiert hat, in der Praxis so gut funktioniert. Mit dem Geld der McSwans mietet er sich im luxuriösen Onslow-Kurt-Hotel in Kensington ein und er entwickelt eine Vorliebe dafür, um in Spielhallen zu gehen. So reicht ihm das Geld der McSwans nur etwa drei Jahre lang. John sieht sich nach weiteren Opfern um, um zu mehr Geld zu kommen. Er entscheidet sich für das Ehepaar Henderson. Dr. Henderson und seine Frau haben ein Haus zum Kauf angeboten und John zeigt Interesse daran. Nachdem er die Hendersons kennengelernt hat, beauftragen sie ihn, auf einer Party in ihrer neuen Wohnung Klavier zu spielen. Bei dieser Gelegenheit stiehlt John Dr. Hendersons Revolver. Dann lädt er Dr. Henderson am 12. Februar 1948 zu seinem Lagerraum ein, um sich eine Erfindung, die er gemacht hätte, anzusehen. Als er eintrifft, erschießt er ihn mit dem von ihm gestohlenen Revolver. Sechs Tage später geht er zu seiner Frau, die sich bereits schreckliche Gedanken macht, wo er sein könnte. John behauptet, ihr Mann sei erkrankt und nimmt sie mit zu seinem Lagerraum. Dort erschießt er sie ebenfalls. Durch das Fälschen ihrer Unterschriften verkauft er ihre Anwesen und erhält 8000 Pfund. John behält den Wagen der Hendersons und ihren Hund. In seinem kleinen Lagerraum stehen nun bereits fünf Tonnen, in denen er seine Opfer aufgelöst hat. Er benötigt mehr Platz und mietet sich einen anderen Lagerraum in der Leopold Road. In diesen neuen Lagerraum lädt er Olive Durant Decken ein. Die wohlhabende Witwe lebt ebenfalls im Onslog-Hurt-Hotel und John hat sie bereits länger im Auge. Olive ist Geschäftsfrau und John zeigt sich sehr interessiert an Olives Idee zur Produktion von künstlichen Fingernägeln. Um Details mit ihr zu besprechen, bestellt er sie in den neuen Lagerraum. Nachdem er sie erschossen und ihre Leiche in die vorbereitete Tonne gepackt hat, bemerkt er ein Problem. Unmittelbar hinter seinem früheren Lagerraum hatte sich ein Gulli befunden, in der Nähe seines neuen Lagers ist allerdings keiner. Er hat kein Fahrzeug und kann die schwere Tonne alleine nicht weit bewegen. So bleibt ihm nichts anderes übrig, als die zersetzten Überriste von Olive auf einem Abfallhaufen hinter dem Lagergebäude zurückzulassen. Nachdem Olive von einer Freundin vermisst gemeldet wird, die der Polizei auch sagen kann, dass sie John Haye besuchen wollte, wird sein Lagerraum durchsucht. Die Körper der Opfer wurden von der Schwefelsäure zwar zersetzt, doch es bleibt meist noch genug übrig, um deutlich zu erkennen, dass es sich um menschliche Überreste handelt, wie zum Beispiel Fettgewebe und in Olives Fall ein kompletter Fuß sowie eine Zahnprothese. Diese Überreste findet die Polizei bei ihrer Durchsuchung auf dem Müll hinter dem Gebäude. Nachdem in Johns Lagerraum noch die Tonnen entdeckt werden, wird er festgenommen. Er gesteht seine Taten sofort und erzählt der Polizei, wie unglaublich und wunderbar es sei, wie gut sein Plan, die Leichen aufzulösen, funktioniert hat. Zusätzlich zu den sechs Morden an William McSwan und seinen Eltern, dem Ehepaar Henderson und Olive, John Dickens, gesteht er drei weitere Morde, doch er kann keine vollen Namen dieser angeblichen Opfer nennen und die Polizei findet keine Hinweise darauf, dass er tatsächlich weitere Morde begangen hat. John erzählt auch, dass er das Blut seiner Opfer getrunken hat, doch die Polizei geht dabei ebenfalls davon aus, dass dies nicht stimmt. Offenbar hat John versucht, sich unzurechnungsfähig erklären zu lassen und es deswegen erzählt. Er fragt einen Polizisten nämlich auch, wo man schneller wieder herauskommt, aus dem Gefängnis oder aus der Irrenanstalt. Er erhält keine Antwort darauf und kommt auch mit dem Versuch, sich unzurechnungsfähig erklären zu lassen, nicht durch. Er hat seine Taten alle genau geplant und war auf das Geld und den luxuriösen Lebensstil seiner Opfer aus. John George Hay wird zum Tod verurteilt und am 10. August 1949 hingerichtet. Er ist 40 Jahre alt. Als der 30-jährige Sokrat Kirschweng aus der kleinen Stadt Samokov in Bulgarien um das Jahr 1912 herum ohne seine Frau und seine zwei Kinder in die Stadt Sofia geht, verspricht er ihnen, dort eine gut bezahlte Anstellung zu finden und mit viel Geld zurückzukehren. Sokrat, der im Jahr 1882 in dem kleinen Dorf Alino geboren wurde, hatte zuvor als Holzfäller gearbeitet, nachdem er bereits als Junge, nachdem seine Eltern früh verstorben sind, bei einem Holzfäller in Samokov in die Lehre gegangen ist. Auch als Händler war er sehr erfolgreich. Eigentlich hatte er es gar nicht nötig, in die Stadt zu gehen, um Geld zu verdienen, doch Sokrat passt nicht wirklich in das Kleinstadtleben in Samokov. Er geht gerne aus und kleidet sich sehr extravagant nach der letzten Pariser Mode. So lässt er seine Frau Elena, die er 1908 geheiratet hat, und seine zwei Kinder schließlich zurück. In Sofia lernt er die Schneiderin Vangelia Urunova kennen, die über einige Ersparnisse verfügt. Sokrat, der ihr verschweigt, dass er bereits Frau und Kinder hat, überzeugt Vangelia, die sehr in ihn verliebt ist, davon, von ihren Ersparnissen ein Haus in einer modernen Nachbarschaft zu bauen, wo die beiden dann gemeinsam leben. Sie geben sich, obwohl sie nicht geheiratet haben, überall als Ehepaar aus. Sokrat erhält eine Anstellung in einem Militärkrankenhaus. Die junge, hübsche Tinka Nikolova arbeitet ebenfalls im Krankenhaus und Sokrat verliebt sich in sie. Da allerdings auch Tinka in dem Glauben ist, dass Sokrat bereits mit Vangelia verheiratet ist, hat sie kein Interesse an ihm. Sie möchte keine Beziehung mit einem verheirateten Mann eingehen. Sokrat allerdings möchte unbedingt mit Tinka zusammenkommen und er lässt sich schließlich einen Plan einfallen. Als er eines Abends im Jahr 1919 von der Arbeit kommt, erzählt er Vangelia, dass er die Gelegenheit genutzt hätte, im Krankenhaus Geld zu stehlen und dass er nun befürchten würde, aufzufliegen. Er spielt Vangelia völlige Panik vor und erklärt ihrem, dass sie flüchten müssten. Vangelia ist sofort dabei. Sokrat überzeugt sie, einen Brief an ihre Mutter und einen an ihn selbst zu schreiben, in dem sie gesteht, dass sie von Sokrat Geld gestohlen und aus diesem Grund die Stadt verlassen hätte. Sokrat sagt zu Vangelia, dass sie nach Kroatien gehen würden, wo sie unbehelligt leben könnten, doch zuvor müssten sie auf einem Friedhof in Malashevci vorbei. Sokrat behauptet, dass er dort das Geld, das er angeblich im Krankenhaus gestohlen hat, vergraben hat. In der Nacht des 12. Juli 1919, nachdem Sokrat von der Arbeit zurückkehrt, machen sie sich dorthin auf den Weg. Sokrat, der seine Dienstwaffe, die er durch seinen Einsatz im Militärkrankenhaus erhalten hat, dabei hat, beginnt, am angeblichen Geldversteck zu graben, doch bereits nach kurzer Zeit bittet er Vangelia, weiterzumachen. Er begründet dies damit, dass er nach seinem langen Arbeitstag schon so müde wäre. Vangelia, die immer noch sehr verliebt in Sokrat ist, hat bislang überhaupt keinen Verdacht geschöpft und beginnt sofort, an Sokrats Stelle weiterzuarbeiten. Dass sie ein so großes Loch schaufeln muss, erklärt er damit, dass er nicht mehr genau wüsste, an welcher Stelle nun das Geld sei. Sokrat sieht Vangelia etwa eine Stunde lang zu, wie sie ihr eigenes Grab schaufelt. Als sie mit dem Rücken zu ihm weiter ihrer Arbeit nachgeht, packt Sokrat seine Dienstwaffe aus und schießt Vangelia in den Hinterkopf. Er vergräbt sie in der frisch gegrabenen Grube. Am nächsten Tag erzählt er jedem auf der Arbeit, dass seine Frau Vangelia ihn betrogen hätte und davongelaufen sei. Als Nachweis dafür hat er ja den Brief, den er sie schreiben lassen hat, in dem sie gesteht, Geld von ihm gestohlen zu haben, und auch ihre eigene Mutter hat ja einen solchen Brief erhalten. Sokrat redet auf der Arbeit über nichts anderes mehr und spielt den betrogenen, leidenden Ehemann. Nun erhält er endlich auch die Aufmerksamkeit von Tinka, die zuvor, da sie dachte, dass er verheiratet ist, ihr Interesse an ihm unterdrückt hatte. Die beiden kommen schließlich zusammen, doch Tinka möchte erst bei ihm einziehen, wenn sie offiziell verheiratet sind. Dass Sokrat aber noch mit Elena verheiratet ist, kann er Tinka nicht heiraten. Aus diesem Grund gesteht er ihr schließlich, dass er offiziell noch mit einer Frau in Somokow verheiratet ist und auch Kinder von ihr hat. Tinka bleibt mit ihm zusammen, da sie ihm glaubt, dass er seine Frau seit fast acht Jahren nicht mehr gesehen hat und dass er kein Interesse mehr an seiner Ehe mit ihr hat. Nach einer Weile hat er schließlich eine Idee, wie er Tinka trotz seiner Ehe zu Elena heiraten kann. Er behauptet, dass seine verstorbene Mutter Muslimin gewesen sei und er kann Tinka schließlich überzeugen, zum Islam zu konvertieren. Dann findet er einen Mufti, also einen islamischen Juristen in Sofia, der sie verheiratet. Anschließend nennen die beiden sich Shakir und Aisha. Sie genießen ihr Eheleben, doch Sokrat lässt es keine Ruhe, dass er nun doppelt verheiratet ist. Er beschließt, dies zu ändern und macht sich noch im gleichen Jahr, 1919, auf den Heimweg nach Samokow. Er erklärt seiner Frau Elena, dass er nun ein Haus in Sofia hat und dass sie und die Kinder nun mit ihm kommen und dort leben würden. Kurze Zeit später macht er sich mit ihnen auf den Rückweg. In der Nähe des Dorfes Pankarevo, kurz vor Sofia, bittet er den Kutscher, Dimitar Zvetkov anzuhalten. Er trägt ihm auf, mit den Kindern bereits zu ihm nach Hause vorauszufahren und ihn und Elena später abzuholen, denn er möchte Elena noch seinen gerade neu gekauften Kirschgarten in Pankarevo zeigen. Als der Kutscher später zurückkehrt, trifft er nur Sokrat alleine an. Er erklärt ihm, dass Elena spontan für einige Tage bei Verwandten im Dorf bleiben würde. Doch einige Tage später finden einige Anwohner aus dem Dorf Elenas Leiche in der Nähe des Feldweges. Sie wurde mit einem Breitbeil erschlagen. Sokrat wird von der Polizei aufgesucht und erklärt, dass Dimitar Zvetkov der Kutscher Elena erschlagen hätte. Warum er dies zuvor nicht gemeldet hatte, scheint niemanden zu interessieren. Dimitar wird festgenommen, zum Tod verurteilt und kurz darauf hingerichtet. Während Tinka bzw. Aisha denkt, dass sie mit dem inzwischen 38-jährigen Sokrat bzw. Shakir eine glückliche Ehe führt, hat er bereits nach wenigen Monaten auch keine Lust mehr auf eine Beziehung zu ihr. Er fordert sie auf, mit ihm einen Spaziergang zu machen. Als Sokrat sich auf dem abgelegenen Feldweg unbeobachtet fühlt, beginnt er, Tinka zu würgen. Sie beginnt sofort laut zu schreien und erregt tatsächlich die Aufmerksamkeit einiger anderer Personen, die nicht allzu weit entfernt sind. Während einige von ihnen Sokrat festhalten können, benachrichtigen die anderen die Polizei und er kann noch vor Ort festgenommen werden. Sokrat erhält die Todesstrafe, doch da seine Kinder noch nicht erwachsen sind, wird seine Strafe in eine 17-jährige Haftstrafe umgewandelt, damit seine Kinder keine Vollweisen werden. Er wird im Jahr 1937 im Alter von 55 Jahren aus dem Gefängnis entlassen. Als er freigelassen wird, ist er natürlich völlig mittellos und so reist er erst mal zu seiner Tante Evitimia, die einen kleinen Lebensmittelladen führt. Vielleicht hätte sie ihm mit Geld aushelfen können, doch Sokrat sagt ihr, dass er gekommen sei, um ihr Geld, das er sich bereits vor seiner Haftstrafe von ihr geborgt hatte, zurückzuzahlen. Dies ist natürlich nicht wirklich sein Plan. Als Evitimia ihm den Rücken zukehrt, erschlägt er sie mit seiner Axt, die er extra mitgebracht hat. Anschließend durchsucht er ihr Haus, doch er findet kaum Bargeld. Evitimias 85-jähriger Ehemann Ivan hat bisher alles in einem Nachbarzimmer verschlafen, als Sokrat plötzlich mit seiner Axt in sein Zimmer stürmt. Er bedroht ihn, ihm Bargeld zu geben. Ivan zeigt ihm seine annähernd leere Geldbörse, doch Sokrat ist auf Ivans goldene Armbanduhr aufmerksam geworden. Ivan möchte sie nicht herausgeben. Dadurch entsteht ein Kampf zwischen den beiden und Sokrat erschlägt auch Ivan mit seiner Axt. Anschließend hängt er ein Schild in Evitimias Laden, auf dem er vermerkt, dass zehn Tage lang geschlossen sein würde. Ihre Nachbarn beginnen dennoch, sich Sorgen zu machen und finden schließlich ihre und Ivans Leichen in ihrem Haus. Zunächst gibt es keine Spur auf den Täter. Doch den Anwohnern, die Ivan aufgefunden haben, ist aufgefallen, dass seine goldene Armbanduhr, die er sonst immer getragen hatte, gefehlt hat. Die Polizei beginnt, Händler im Ohr zu bragen und findet schließlich einen Ladenbesitzer, der behauptet, dass er nur wenige Tage zuvor eine solche Uhr angeboten bekommen hätte. Da Sokrat ja bereits im Gefängnis war, hat die Polizei sein Foto neben anderen Straftätern in einem Portfolio, das dem Ladenbesitzer nun gezeigt wird. Er erkennt Sokrat sofort als den Mann wieder, der ihm die Uhr verkaufen wollte. Er wird nur wenige Wochen nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis erneut festgenommen und bekommt seinen Prozess gemacht. Sokrat bezeichnet sich selbst nun als Sadisten und fordert für sich die Höchststrafe. Er bekommt sie auch. Er wird zum Tod verurteilt und nur kurze Zeit später, in der Nacht vom 13. auf den 14. April hingerichtet. Im Jahr 1760 erwarten der Legionsrat Maximilian von Weingarten und seine Frau Ernestine Witte, die Tochter des Charlottenburger Bürgermeisters, ein Kind. Das Paar lebt in Glatz, im damaligen Preußen. Am 5. Mai kommt Sophie Charlotte Elisabeth zur Welt. Da ihr Vater Verrat begeht, verliert er seine Anstellung und das gesamte Familienvermögen. Sophie selbst heiratet bereits im Alter von 19 Jahren und zwar Theodor Osinus, ein geheimen Justizrat, der bereits viele Jahre älter als sie selbst ist. Somit lebt Sophie nun wieder im Wohlstand. Das Paar lebt gemeinsam in Stendal und geht dann im Jahr 1792, als Sophie 32 ist, nach Berlin. Theodor, der ja schon wesentlich älter ist, schläft in einem von Sophie getrennten Schlafzimmer und erlaubt ihr schließlich, einen Geliebten zu nehmen. Sie entscheidet sich für einen Mann namens Ragai, einen holländischen Hauptmann. Doch er verlässt sie einige Zeit später, im Jahr 1796, wieder und Sophie versucht alles zu tun, was sie kann, um ihn wieder zurückzugewinnen, jedoch ohne Erfolg. Ragai verstirbt im Juli 1797, nachdem er bereits mehrere Monate lang erkrankt war. Sein Arzt sagt, er sei an Tuberkulose gestorben. Am 10. September 1800 feiert ihr Mann Theodor seinen Geburtstag bei bester Laune, doch später am Abend sagt er zu Sophie, dass er sich nicht wohlfühlen würde, woraufhin sie ihm zwei Medikamente gibt, eins davon ein Brechmittel. Am nächsten Tag, dem 11. September, geht es Theodor richtig schlecht und Sophie bestellt mehrere Ärzte, darunter den königlichen Leibarzt, doch keiner von ihnen kann noch etwas für Theodor tun. Er verstirbt am gleichen Nachmittag und da Sophie die Ärzte nicht schon in der Nacht kommen lassen hat, sind sie ziemlich misstrauisch, doch keiner kann Sophie etwas nachweisen, obwohl es bekannt ist, dass sie weniger als zwei Wochen zuvor in der örtlichen Apotheke Arsen zur Rattenvernichtung gekauft hat. Die Ärzte vermerken als Theodors Todesursache einen Nervenschlag. Sophie, nun 40 Jahre alt, war 21 Jahre lang mit Theodor verheiratet. Obwohl sich bereits einige Leute Gedanken gemacht haben, ob Sophie in den Tod ihres Mannes verwickelt gewesen sein könnte, dauert es nicht lange, bis sie erneut Arsen erwirbt. Ihre Angestellten, die mehrfach Tütchen mit Arsen in Sophies Schränken finden, wundern sich darüber, denn es hat im Haus noch nie ein Problem mit Ratten gegeben. Dann, am 24. Januar 1801, verstirbt wieder eine Person aus ihrem direkten Umfeld, ihre Tante Christiane Witte. Sophie erbt ihr umfangreiches Vermögen. Es heißt, sie hätte danach mit mehreren Männern Beziehungen angefangen, doch alle Heiratsanträge von ihnen abgelehnt. Sie möchte ihr Vermögen für sich behalten und es nicht erneut mit einem Ehemann teilen. Danach geschieht erst mal zwei Jahre lang nichts. Sophie lernt wieder einen Mann kennen und unter ihren Angestellten wird erzählt, dass sie bei diesem Mann, entgegen ihrer vorherigen Einstellung, tatsächlich bereit sei, ihn zu heiraten. Es heißt, es hätte Unstimmigkeiten zwischen ihr und ihrem Diener Benjamin Klein gegeben, da sie befürchtet hatte, dass er von ihrer Beziehung zu dem unbekannten Mann berichten könnte. Benjamin Klein erkrankte im Februar 1803 an ähnlichen Symptomen, die auch Sophies Mann und ihre Tante vor ihrem Tod hatten. Das vom Arzt verschriebene Medikament hilft nicht und nachdem er ein Brechmittel von Sophie bekommt, werden seine Symptome noch schlimmer, genauso nachdem er Rosinen isst, die sie ihm gegeben hat. Benjamin wird misstrauisch gegenüber Sophie und lehnt am 1. März einen Milchreis ab, den sie ihm gekocht hat. Obwohl er die Speise nicht angerührt hat, sieht er, wie Sophie sie wegwirft. Nun ist er noch misstrauischer ihr gegenüber. Zwei Tage später gibt Sophie ihm gebackene Pflaumen. Er isst auch diese nicht, sondern bittet eine weitere Hausangestellte, sie in die Apotheke zu bringen und sie dort untersuchen zu lassen. Der Apotheker, der Arsen in den Pflaumen feststellt, benachrichtigt die Polizei und Sophie wird am 5. März festgenommen. Sie räumt ein, dass sie versucht hat, Benjamin Klein umzubringen, doch sie leugnet, für den Tod ihres Mannes und ihrer Tante verantwortlich zu sein. Daraufhin werden ihre beiden Leichname exhumiert. Bei der Analyse kann jedoch kein Gift bei ihnen nachgewiesen werden, doch der Bericht hält fest, dass eine Vergiftung auch nicht ausgeschlossen werden kann. Obwohl das Gift nicht nachgewiesen werden konnte, finden sich bei Sophies Tante Veränderungen im Magen-Darm-Trakt, die auf eine Vergiftung hinweisen. Auch was ihren ehemaligen Geliebten Ragei angeht, gibt es nun den Verdacht, dass Sophie für seinen Tod verantwortlich sein könnte. Sie wird für die Todesfälle angeklagt, doch da bei ihrem Mann kein Gift nachgewiesen werden konnte und aufgrund seiner prominenten Ärzte, die weiter daran festhalten, dass er an einem Nervenschlag verstorben sei, wird sie für diesen Vorfall freigesprochen, genauso wie für den Tod von Ragei, der ja gar nicht exhumiert wurde. Ein Arzt, der Sophie untersucht hat, beschreibt vor Gericht, dass sie eine ausgeprägte Fantasie hätte und sehr nervös sei, was er für Hinweise darauf hält, dass sie schuldig ist. Im Falle ihrer Tante Christiane Witte, bei der das Gift ja ebenfalls nicht nachgewiesen werden konnte, aber dennoch Hinweise auf eine Vergiftung gefunden wurden, erhält sie eine sogenannte Verdachtsstrafe und für den versuchten Mord an Benjamin Klein, der ihr eindeutig nachgewiesen werden konnte, erhält sie eine lebenslängliche Haftstrafe. Ihre Strafe verbringt sie in der Festung in Glatz. Dort darf sie weiter ihre teuren, speziell für sie angefertigten Kleider tragen und sich öfter Gäste einladen, mit denen sie Partys feiert. Der Apotheker Valentin Rose, einer der Männer, die versucht haben, Spuren von Gift bei Sophies Opfern nachzuweisen, beginnt nach ihrer Verurteilung mit Hochdruck daran zu arbeiten, ein sicheres Nachweisverfahren für Arsen zu entwickeln. Es lässt ihm keine Ruhe, dass die Mörderin ihren Taten nicht eindeutig überführt werden konnte. Im Jahr 1806 hat er eine Methode entwickelt, mit der man Arsen mit hoher Wahrscheinlichkeit nachweisen kann. Hundertprozentige Sicherheit gibt es aber immer noch nicht. Sophie wird nach 30 Jahren im Jahr 1833 begnadigt und verbringt noch drei Jahre in Freiheit als Mitglied der Wohlstandsgesellschaft. Sie darf allerdings die Stadt nicht verlassen. Sie stirbt im Jahr 1836 im Alter von 75 Jahren. Im Jahr 1833, dem Jahr ihrer Freilassung, und 27 Jahre nach den Bemühungen von Valentin Rose wird durch den Chemiker James Marsh auch endlich ein Verfahren entwickelt, mit dem Arsen nun zweifelsfrei zu 100% nachweisbar ist. Im Jahr 1936 zieht die 49-jährige Edna Worden nach der Scheidung von ihrem Mann mit ihrer zwölf Jahre alten Tochter Marguerite in ein Apartment des Astoria Hotels in Los Angeles. Ihr Ex-Mann kehrt nach New Jersey zurück, von wo aus die beiden vier Jahre zuvor nach Los Angeles gekommen sind. Edna, die früher als Lehrerin tätig war, schreibt nun für eine christliche Nachrichtenagentur, um die Miete aufzubringen. Am 3. April 1937 wäscht Edna Marguerites bestes Kleid für die Sonntagsschule am nächsten Tag. Dann gehen die beiden zu Bett. Am nächsten Morgen wundert sich John Wiley, der Fahrstuhlführer des Astoria Hotels, denn Marguerite ist sonst jeden Sonntagmorgen bereits früh in der Lobby, um die Zeitung abzuholen, die sonntags einen großen Comic-Teil enthält. Doch an diesem Tag kommt sie nicht. Er bekommt ein sehr ungutes Gefühl, denn morgens um sechs, als er seine Arbeit begonnen hat, ist er am Zimmer der Wördens, dem Zimmer Nummer 206, vorbeigegangen und hat dort ein gurgelndes Geräusch gehört. Zu diesem Zeitpunkt hatte er gedacht, dass jemand schnarcht. Doch plötzlich ist er sich nicht mehr so sicher. Weder Edna noch Marguerite verlassen in den folgenden Stunden das Zimmer, doch John redet sich ein, dass sie bestimmt bereits früh zur Kirche gegangen sind. Als sie gegen Mittag aber nicht von der Kirche zurückkehren, macht er sich ernsthafte Gedanken und informiert den Gebäudemanager, der durch die kleine Scheibe, die sich über der Zimmertür der Wördens befindet, hineinschaut. Was er sieht, schockiert ihn für den Rest seines Lebens. Edna und ihre Tochter liegen tot im Zimmer und haben schreckliche Verletzungen. Die Polizei stellt fest, dass beide von ihnen mit einem Ziegelstein erschlagen wurden, der sich noch im Raum befindet. An dem Ziegelstein befindet sich noch relativ frischer Mörtel. Der Gerichtsmediziner stellt fest, dass Marguerite, deren Gesicht komplett eingeschlagen ist, bereits in der Nacht verstorben ist. Ihre Mutter Edna hat noch mehrere Stunden länger, vermutlich bis zum frühen Morgen gelebt. Bei dem Versuch des Täters, bestimmte Handlungen auszuführen, ist er anscheinend gescheitert. Er hat einige Hinweise hinterlassen. Seine Fußspuren können sichergestellt werden, genauso wie seine Fingerabdrücke, die er an einer Milchflasche zurückgelassen hat. Er ist durch das Küchenfenster in die Wohnung eingedrungen. Die Polizei sieht Ähnlichkeiten zu einem Mord, der einen Monat zuvor am 2. März geschehen ist. Die 20-jährige Rose Valdez wurde in ihrer Wohnung erschlagen, während ihr Baby neben ihr geschlafen hat. Darüber hinaus hat es weitere Angriffe mit Ziegelsteinen gegeben. Im Zusammenhang mit diesem Vorfall wird nach einem jungen Mann afrikanischer Abstammung gefahndet, doch bislang hat die Polizei keine konkrete Spur auf den Täter. Viele hundert Vorbestrafte werden auf einen Zusammenhang mit der Tat überprüft, doch keiner ihrer Fingerabdrücke stimmt mit den am Tatort gefundenen überein. Da die Polizei nicht weiterkommt und da die Angriffe mit einem Ziegelstein auch plötzlich aufgehört haben, beschließt sie, Informationen über die Taten und die Fingerabdrücke an weitere Polizeistationen zu schicken, da sie annehmen, dass der Täter die Stadt verlassen haben könnte. Der Rundbrief der Polizei geht an über 300 Städte und wenig später erhalten sie eine Antwort aus Chicago. Dort hat es im Jahr zuvor eine ganz ähnliche Tat gegeben. In der Nacht auf den 30. Juni 1936 wurde die 24-jährige Nachtklopostess Florence Thompson Castle in ihrem Zimmer im Devonshire Hotel erschlagen. Ihr sieben Jahre alter Sohn Jimmy ist Zeuge der Tat geworden und hat unverletzt überlebt. Er beschreibt der Polizei einen Mann afrikanischer Abstammung, der in ihr Zimmer eingedrungen ist und seiner Mutter mit einem Ziegelstein den Schädel zertrümmert hat. Doch auch in Chicago gibt es noch keinen konkreten Verdächtigen. Dies ändert sich allerdings am 27. Mai 1938, als Florence Johnson in ihrem Apartment in North Kenwood in Chicago erschlagen wird. Ihre Schwester, die gemeinsam mit ihr lebt, hört Geräusche und sieht dann zwei Männer vom Haus weglaufen. Anschließend findet sie Florence Leiche. Florence Mann ist auf der Arbeit und die beiden Täter sind durch das Fenster des Kinderzimmers, in dem sich Florence zwei kleine Kinder befinden, ins Haus eingedrungen. Ihre Schwester verständigt sofort die Polizei, die einen der Täter, den etwa 20- bis 24-jährigen Robert Nixon nach der Beschreibung von Florence Schwester wenig später festnehmen kann. Er hat noch Kleidung an, auf der sich frisches Blut befindet. Da Robert bei dieser letzten Tat einen Komplizen, den 19-jährigen Earl Hicks, dabei hatte, versucht er zunächst, die Tat auf ihn zu schieben. Doch es sind seine Fingerabdrücke, die auch bei den Morden an Edna und ihrer Tochter Marguerite in Los Angeles gefunden wurden. Earl Hicks hatte eine Vielzahl Einbrüche und Diebstähle gemeinsam mit Robert begangen und er hatte ihn auch im letzten Jahr für mehrere Monate nach Los Angeles begleitet, wo Robert die Tat an den Wördens begangen hatte. Bei dieser Tat war Earl Hicks allerdings nicht dabei. Robert beschuldigt einen weiteren Komplizen, Howard Jones-Queen, mit ihm bei den Wördens eingebrochen zu sein. Howard gesteht, einige Einbrüche mit Robert gemeinsam ausgeführt zu haben, doch er leugnet jede Tatbeteiligung an den Morden. Zwei Frauen, die ebenfalls in ihren Wohnungen in Chicago überfallen und mit Siegelsteinen niedergeschlagen wurden, können Robert Nixon nach seiner Festnahme als den Täter identifizieren. In ihren Fällen hatte er alleine gehandelt und keinen Komplizen dabei. Drei weitere Frauen, die in Los Angeles angegriffen wurden, können Robert ebenfalls als den Täter identifizieren. Schließlich gesteht Robert die Taten und räumt wenig später einen weiteren Mord in Chicago ein an Anna Kushta, den er im Jahr 1937 begangen hat, doch er bleibt dabei, dass die letzte Tat an Florence Johnson von seinem Komplizen Earl Hicks ausgeführt wurde. Robert Nixon wurde zwischen 1914 und 1918 in Tallulah in Louisiana geboren. Er selbst hatte bei seiner Festnahme behauptet, 20 Jahre alt zu sein, doch es gibt einige Hinweise darauf, dass er bis zu fünf Jahre älter war. Seine Mutter war die Köchin des örtlichen Sheriffs. Laut seinen eigenen Angaben ist er im Jahr 1933 nach Chicago gekommen, wo bereits sein Bruder lebt und hat begonnen, dort als Chauffeur für einen Geschäftsmann zu arbeiten. Dies ist einer der Hinweise darauf, dass er zu dieser Zeit älter gewesen sein muss als 14 oder 15. Er selbst lebt in einem Apartment des South Central Hotels. Als er 1937 mit Earl Hicks nach Los Angeles geht, schlagen sie sich dort mit Diebstählen durch. Robert ist gemeinsam mit zwei anderen Komplizen dreimal in Los Angeles wegen Diebstählen kurzzeitig verhaftet worden, dies war allerdings noch vor den Morden. Nach dem Mord an Edna und Marguerite kehren er und Earl Hicks nach Chicago zurück. In Chicago werden Earl Hicks und Robert Nixon für die Tat an Florence Johnson angeklagt. Die Beweislage ist in diesem Fall am besten und die Behörden gehen davon aus, dass er für eine Verurteilung ausreicht. Obwohl Robert diese Tat auf Earl schiebt, wird anhand aller Aussagen davon ausgegangen, dass er sie begangen hat. Earl Hicks sagt vor Gericht gegen Robert aus und erhält selbst eine Haftstrafe von 14 Jahren. Robert Nixon erhält für seine Tat an Florence Johnson die Todesstrafe. Howard Jones Queen erhält wegen Beteiligung an mehreren Einbrüchen in Los Angeles eine Strafe von vier Jahren. Robert Nixon wird am 16. Juni 1939 im Alter von etwa 20 bis 24 Jahren hingerichtet. Ich freue mich wie immer über einen Kommentar von euch zu den Fällen. Schreibt mir gerne alles, was euch dazu einfällt und denkt auch daran, dem Video einen Daumen hoch zu geben, wenn es euch gefallen hat, dann kann es von mehr Leuten gesehen werden. Aktiviert auch die Glocke, dann werden euch meine neuen Videos meist vorgeschlagen. Falls ihr Lust auf einen Extra-Kriminalfall im Monat habt, schaut mal auf meinem Patreon vorbei oder denkt über eine Kanalmitgliedschaft nach. Noch mehr alte und neue Kriminalfälle findet ihr natürlich auf meinem Kanal. Vielen Dank fürs Anschauen, bis gleich! Vielen Dank!